Ich heiße Caroline Schell, bin 28 Jahre alt und komme aus der italienischen Schweiz. Das Tessin, wo ich 19 Jahre lang war, dann habe ich auf Italien gewechselt, fünf Jahre lang in Florenz und dann bin ich nach Wien und jetzt bin ich in Paris. Ich wollte immer lieber etwas malen als mit einem anderen spielen. Dann haben sie gesagt, ich sei asozial, aber ich habe halt diese ganzen Spiele nicht so gemocht, als in einer Ecke zu sitzen und malen. Ich bin ein bisschen zufrieden. 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 Na ja, Kunst für mich ist alles, sagen wir, dass ich für das lebe und davon lebe. Und es ist etwas, das erfreut und etwas, das einen etwas verstehen lässt. Und ja, ein Künstler sieht natürlich wahrscheinlich die ganze Welt schon anders, weil er sich an vielen Sachen erfreuen kann, wo sich normalerweise vielleicht nur Kinder freuen. Ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin mir einfach nicht die Kunst, weil auch für Menschen, die Musik, alles, wenn es nicht die Musik gäbe und die ganze Kunst, es ist sowieso unmöglich, weil schon die Natur ist Kunst. 3. Laugue auf dem 1. 3. 4. 4. 5. 10. 17. Vielen Dank.